Hallo meine Lieben, Willkommen zu einem neuen Video auf Mille's Well. Heute tun wir Grillen und da darf Babyborn Lothar mit. Sie fährt mal gleich mit ihrem Fahrrad, weil das Wetter ist ja wunderschön heute. Sie hat ein neues Fahrrad bekommen. Aufpassen Lothar, aufpassen. Super, machst du das. Nach der langen Radtour sind wir jetzt angekommen. Also Babyborn, wie heißt sie? Lothar. Okay Lothar, komm her. Oh, die schmilzt frei, gell? Kommt auch nicht so nah. Lothar schaut lieber zu. Oh, lecker. Was sagst du dazu Lothar? Kaka. Kaka, kann ich nur sagen. Jetzt haben wir aber Hunger, gell? So, jetzt ist Hatice dran mit Füttern. Vielleicht füttert jetzt die Hatice, die hat auch Hunger. Die ist jetzt auch dazugekommen zu unserer Grillparty. Ja. Oh, guck mal hier. Und Nala, willst du nichts essen? Nein, du willst nichts essen, gell? Sag, ich hab mein Essen schon. Ja. Oh, guck mal hier runter. Du bist so groß geworden für die Lothar. Geht es durch Wald und Wiesen? Es geht schnell, 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 schnell und weg. Lottas Fahrrad hat sogar ein Licht, aber wir haben keine Batterie drin, haben wir vergessen. Aber nächstes Mal, Lotta, wenn wir nachts fahren, kriegst du ein Licht. Nala, komm, geh du auch ein bisschen Fahrrad fahren. Nala, uh, die stört das nicht mal, wenn ich an der Kamera... Oh, die wollten mich kratzen. Also dich magst du, oder? Mich kratzt sie immer, Nala, ich trau mich nicht. Und nach dem vielen Radfahren und Spielen ist man jetzt müde geworden. Meine Lieben, wir sind jetzt nach Hause gekommen. Es ist schon dunkel geworden und es ist nach 8 Uhr und Mille ist ins Bett gegangen. Und die Lotta und ich verabschieden uns hier. Die sind jetzt richtig müde geworden vom Fahrradfahren und von der Grillparty. Und sagen Tschüss, abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben und Glocke aktivieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.